Ja, keine 45 Sekunden später. Robert macht mir langsam eins. Mein Vorsprung schmilzt beträchtlich und ich kann mit dem pinken kann ich einfach nicht fischen. Ich glaube, ich muss wieder eine andere Farbe dran machen. Ja, pink ist so mein Ding. Ja, genau. Ich glaube, ich werde mir noch pinke Unterwäsche zulegen. Ja, das ist richtig. Das möchte ich auch sehen vor der Ausfahrt natürlich. Jetzt macht er nicht mehr so viel Rabatz. Draußen war er deutlich aktiver. Also es fühlt sich ja trotzdem nicht schlecht an. Ein bisschen kleiner als der eben. Aber ein guter Fighter. Da ist er. Schlüpferfarben. Oh, knapp gehakt. Ich glaube, das Objektiv müssen wir sauber machen. Ja. Kommst du wieder? Nee. Pass auf. Hab in die Kino und dann fertig da. Ja, ja, ja. Obwohl, so viel kleiner ist er auch nicht. Nee, ich am geringsten. Ja, du darüber, sonst sehe ich wieder nichts. Ja, also Robert fängt so Standard-Gardemars. Supergeile Fische. Wunderbar. Halt ihn mal so schräg in ihn, dass die Sonne auf ihn fällt. Jawoll. Schwanz zu mir. Geiler Fisch. Ui. Und da ist der Fänger. Ja, so und gleich geht es weiter mit Paul Aktiv.